Herzlich willkommen zur siebten Auflage des VfL-Netzwerkerlebnisses. Sie kriegen gleich ganz, ganz viele Möglichkeiten und Chancen, Geschäft für Ihr Unternehmen zu machen. Wir sind nicht nur Sponsor vom VfL, sondern natürlich sind wir als regionales Institut mit vielen Bochumer Mitarbeitern ausgestattet. Ja, da sind natürlich dann viele Mitarbeiter auch VfL-Bochum-Fan. Und haben immer noch mit Pritzensport zu tun, nämlich mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft als Prof. Dr. Herrmann. Die Netzwerkmesse ist einfach insofern interessant, dass man einfach auch neue, mögliche Partner, neue Geschäftspartner kennenlernen kann. Und das ist eben eine gute Alternative für uns, um uns auch bekannter zu machen. Ganz großes Lob an unsere Partner, wie man hier auftritt, wie das VfL-Netzwerk gelebt wird. Ich glaube, dass für uns alle ein sehr erfolgreicher Tag gewesen ist.